So liebe Freunde, willkommen zurück zu Dungeon Runner 2. Wir haben das geschafft. Jetzt geht es zu Cliffhanger. Teleportier uns mal schön. Ich muss mal kurz den Monitor ein bisschen drehen. Okay, was machen wir, was tut jetzt. Äh, ich denke mal nicht, dass es hier geht los. Jo. Ach du Scheiße. Muss ich jetzt nach oben? Da komme ich nicht hoch. Muss ich da runter? Ich muss da irgendwie, glaube ich, runter. Da wir ja Federvall haben. Das, das, das überlebt man doch nicht. Oder? Jolo. Oh, aber ganz knapp. Naja, so knapp war das jetzt auch nicht. Übertreiben sie mal. Wow, ist das, ist das abgefahren geil. Ist das geil oder ist das geil? Das ist, hier lang? Ne. Hier lang? Und jetzt? Nun, was, was nun? Wohin? Von da sind wir gekommen. Von da sind wir gekommen. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Quatsch, wir sind von da gekommen. Hier müssen wir lang. Ja. Ist das geil oder ist das geil? Nein! Oh, das war gewollt. Das war's schon. Restart. Restart. Wir machen Restart. Jetzt machen wir die auf Zeit. Boah, ist das krank geil. Keine, keine Zeit, keine Zeit. Jetzt kommt, finde ich, eine der geilsten Stellen in diesem Level. Das ist so awesome. Mach auf! Ja, Mann! Jetzt habe ich leider nicht gesehen, wie lange wir gebraucht haben, aber es spielt keine Rolle. Wir haben das Level geschafft. Jetzt kommt das letzte Level. Hanging Gardens. Kleinen Moment, kleinen Moment. Erstmal was trinken. Fünf Scores. Okay. Drei, zwei, eins. Teleportiere mich, meine Freund. Okay. Okay, wollen wir das letzte Level angehen, wa? Mann, ist das abgefahren. Geil hier. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier richtig sind, aber ich glaube schon. Wow. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, immer den Glow-Stone. Wow. Nein. Doch. Wow. Ich bin zurückgesprungen. Bin ich ein Volldepp. Und da sind wir abgeschmiert. Okay. Okay. Sag mal, ja, hier laufe ich doch richtig lang. Nee, warte mal, jetzt bin ich irgendwie Maximum verwirrt. Hier geht's lang. Und los. Spring, mein Freund. Ich spring halt nicht, ne? Warum? Hier unten ist es schön. Kann man schön sterben. Nee, 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 nee. Punkte Stand 0. Hier geht's lang. So, jetzt machen wir das aber hier. springen, springen, heißt das schön. Hopp, hopp, hier lang. Hier, 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 hier. Und, ja, äh, ein bisschen, ein bisschen später abspringen. Ne, äh, ja. Könnte man machen, muss man aber nicht. So, jetzt machen wir es aber, liebe Freunde. Hopp, jetzt hier, 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 hier. Da hin, da hin, da hin, da hin, auf die Ecke, auf die Ecke und ich springe. Sehr schön. Gut, das haben wir. So. Was haben wir für einen Effekt? Nur Schnelligkeit. Da springt der nicht. Okay. Ein bisschen mehr Concentration, dann funktioniert das auch. Ja, ja, ich geb dir gleich, ich bin aus der Welt gefallen. Wenn der Hummelkop hier nicht springt. Mehr wie Leertaste drücken kann ich nicht. Das wär geil, hier so ein Sprachbefehl. Spring, 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 renn, spring, renn, spring, spring. Das wär geil. Okay, kurz stehen bleiben und go. Spring, spring. Ist man hier überhaupt richtig? Versteh ich, ich glaub schon, ne? Hä? Wo bin ich denn lang gesprungen? Das ist irgendwie ein bisschen verwirrend. Okay. Wir gucken uns das jetzt in Ruhe an. Und spring. Und jump. 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 Hopp. Hallihopp. 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 Hopp. 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 So, wir gucken uns das jetzt mal an. Kann auch nicht wahr sein, dass ich die ganze Zeit immer zum Anfang laufe. Nein. Jetzt. Jump, jump. Und nochmal jump. Jump. Nee, 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 nee. Freunde, wir müssen hier lang. So, und nu dahin, oder wat? Oder wie? Oder wo? Oder wer? Dahin kommt man gar nicht. Oder muss ich da hoch? Da kommt man nicht hoch. Aber hier kommt man hoch, oder? Hier kommt man tatsächlich hoch. Okay. Das war's schon. Okay. Boah, da muss ich mal kurz abniesen. Wie, dat war's schon? Nö, warum? Haha, das ist so geil. Nö. Na gut, liebe Freunde. Ähm, ich werde aber mal kurz was machen. Boah, das sieht geil aus. Das sieht richtig schön aus. Joa, nö. Haben wir das hier geschafft. Ja. Komm, jetzt geh hin. Ähm. Okay. 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 Bad. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.